An Ort einen O-Ton von der Barbara. Sie kam hier gerade hoch und hat gesagt, nein, glaubt habe ich es jetzt, dass ich es schaffe. Also, kannst du vielleicht kurz was zu dem Rennverlauf sagen oder wie waren die Tage davor? Ich habe halt nur Angst gehabt vor der ganzen Abfahrt. Ich habe mich kopfzerbrechend gemacht. Warum? Ja, ich bin einfach keine Abfahrerin und nachher habe ich mir gedacht, wenn ich dann die Männer schon so abbreitend sind. Und ich denke mir, da muss ich auch noch rein. Und nächstes Mal rein. Trotzdem, du hast es super runtergebracht. Du hast auch in dem Jahr einen tollen Leistungsfortschritt gebracht. Es stehen noch mehrere Wettkämpfe an. Und ein bisschen Altenstoff. Altenstoff vor allem. Und jetzt kann man natürlich auch schon sagen, klar, du fährst mit zur Weltmeisterschaft nach Italien und von meiner Seite, als Ihr Teamchef, sage ich jetzt mal, weiß ich, dass sie wirklich auf den Stockerlplatz beim Vertical Race, also nur Aufstieg, sicherlich eine Favoritin ist. Und dafür wünschen wir, denke ich, alle viel Glück, dass sie da uns den deutschen Skiturnsport in Italien bei der WM gut vertritt. Vielen Dank.